Hallo meine lieben Windgeborenen, es geht weiter hier auf unserer Höhlentour. Wir waren ja gestern auf der Suche nach Eisen, jaha und wenn man vom Teufel spricht, da ist er schon. Eisen, Eisen ohne Ende. Nehmen wir alles mit? Weil umso mehr wir jetzt einsammeln, umso mehr können wir dann natürlich auch bei unserem Haus zercraften. Ist das da etwa Gold? Was sehen meine drüben, nachtumrandeten Augen? Ups. Gold oder was? Ey alter, komm hier, Peer, was ist denn das? Das ist ja so hoch. Guck mal, das sieht so wertvoll aus, da werde ich mich mal hochstacken. Habe ich hier was schönes? Um stacken, Grasbatzen kommen. Wir werden uns mal genau da runterstellen, Grasbatzen hinstellen, zack. Dann werden wir uns da raufstellen. Und jetzt, genau, und, oh nein, das war rechts. Und stack, 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 und stack. Gut, Gras können wir auch gebrauchen als Brennstoff, aber das ist so ziemlich der minderwertigste Brennstoff. Haben wir ja festgestellt, wir können auch mit Kohle heizen. Vielleicht kann man natürlich auch ein Grasdach bauen oder sowas. Guck mal hier, und was haben wir jetzt hier? Würde mich mal interessieren. Nein! Einfach nur Sandstein oder was? Und ich habe gedacht, das ist irgendwas super tolles. Naja. Gut, was gibt es hier noch zu entdecken? Was ist das hier? Granit, okay. Ah, es ist draußen dunkel. Ah, ja. Aber wir sehen noch genug. Habe ich den Eindruck hier in der Höhle? Was ist das hier? Ach, hier waren wir ja schon mal. Hier ist dieser Rand, okay. Da sind Kohle. Alles durchzogen mit Kohle. Stimmt, hier waren wir schon mal. Können wir uns mal wieder raushüpfen hier. Gehen wir mal hier lang. Das ist doch Eisen, oder? Eindeutig. Ups. Komm. Ich will das Eisen haben. Wäre ich mich mal hier hochgraben? So. So. Ich muss euch sagen, es macht ungemein Spaß, auf diese Art hier zu craften mit der Hand. Ungemein. War am Anfang ein bisschen ungewöhnlich, wenn man sich dran gewöhnt hat. Cool. So. Ist da, was mich mal interessieren würde, wie viel Eisenherz ich jetzt schon habe? Gucke ich gleich mal. So. Mal gucken. Warte. Den nehmen wir noch mit. Den noch. Okay, springen wir mal da runter. Was ist das hier? Granit? Normaler Granit, oder was? Warum ist der so weiß? Eher. Was Luft, oder was? Marble. 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 Granit mit Marble durchsetzt. Mit normalen Steinen durchsetzt. Okay. Kommen wir hier raus? Von mir aus können wir jetzt erstmal wieder rausgehen. Da oben ist ja noch mehr Eisen. Warte mal. Ich wollte ja mal gucken, wie viel Eisenherz ich jetzt... 149 Eisenherz. Alter. Alter. Du, ich habe letzte Folge Windborn gesehen. Da hatte einer 149 Eisenherz. Eisenerz. Krass. Waaah. So. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Guck mal. Den können wir zum Beispiel schon mal mitnehmen. Dass er wieder Eisenerz drückt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier runtergekommen bin. Warte mal. Wir werden uns hier mal ein bisschen hoch. Hochhüpfen. Hüpf die Hüpf. So. Ich glaube, ich kam von da oben, oder? Gucken. Oder fressen wir uns da einfach nur sinnlos in den Stein rein? Das ist natürlich ungünstig, wenn man sich dann so verlaufen hat. Das ist nicht so schick. Und hier tatsächlich... Warte mal. Da. Da geht es raus. Haha. Ja. Dann bauen wir uns einfach eine Treppe. Oder wir könnten uns natürlich auch hochstecken. Aber wir bauen uns jetzt mal eine Treppe. Granit können wir auch gebrauchen. Immer. So. So. Na. Wir graben uns eine Treppe nach oben. Und da fällt gleichzeitig noch Kohle runter. Zack. Weiter geht's. Zack. Und weiter geht's. Zack. 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 Und zack. Zack. Na. Mal hier hochgraben. Heieiei. Das kann aber dauern hier. Ist auch sehr cool. Dadurch, dass die Steine leuchten beim Abbauen. Ist auch nicht ganz so dunkel jetzt für euch. Dann seht ihr auch, was ich mache. Beim Let's Play hier. Mal gucken, wie lange dauert denn das jetzt hier noch. Ich will raus. Da. Oh, wir können sogar zwei hochspringen. Zwei Blöcke. Sehr geil. So. So. Zwei Blöcke. Und hüpf. Genau. Lass mich mal hier hochspringen. So. Wow. Da ist aber auch eine Treppe hier. Da sind wir schon. Nein, einen noch. Nein, einen noch. Ups. So. Und jetzt hier noch höher. Mal ein bisschen Gold oder Diamanten wäre auch nicht schlecht, war, oder? Na, ob das hier der richtige Ausstieg ist hier? Sieht mir alles ein bisschen labil aus, da oben. So. Ups. Mal gucken. Naja. Ich glaube, wir sind hier genau am Rand, oder? Oder? Doch, ha? Ach nee, guck mal, da können wir ja rumlatschen zum Wald. Ja, schön. Da sind sogar Schafe. Können wir uns noch ein bisschen Wolle holen. Hallo, Schafi. Danke. Ja. Die beklagen sich immer, wenn man ihnen die Wolle abnimmt. Da sind noch mehr Schafe. Habt euch aber ein schönes Versteck hier gesucht. Wo geht's denn da lang? Sollte mich auch mal interessieren. Komm, gehen wir mal rüber. Hier ist irgendwie so eine Hängeinsel. Die hängt hier an der Seite dran. Eine kleine. Gibt's da... Oh, nein. Die ist ja abgeschottet. Ich glaube, über kurz oder lang müssen wir uns wirklich Brücken bauen. Brückenteile. Dass wir die ganzen Dinger noch zusätzlich mit Brücken verbinden. Und Leitern wird's ja bestimmt auch geben. Guck mal, was ist das denn? Eine ganz offensichtliche Höhle, oder was? Eine Höhle, wo man einfach reinkommt, oder wie? Wow. Voll an Klozeug. Wollen wir da mal kurz reingehen? Mal gucken. Aha. Eisen. Nehmen wir mit. So, sehr schön. So, wieder rausgehen. Ups. Ah, gut. Nehmen wir noch ein... Das noch mit. Ich weiß noch nicht, wofür ich's brauche, aber... Vielleicht würde ich auch die Rezepte hier dafür in der Wüste finden. Oh, das ist aber ein schöner Berg. Lass uns doch mal unsere Landschaft hier überblicken. Ah, okay. Da, von da kommen wir her. Was ist denn das da? Okay. Dann gehen wir hier wieder runter. Was haben wir hier? Was haben wir da oben? Was ist denn das da? Sieht mir aber verdächtig interessant aus. Was ist denn das? Was ist denn das? Das ist hier, glaube ich, oder? Gucken, ob wir uns da bis dahin ran graben können. Eines Zeug da. Da ist es. Was ist das? Eisen. Eisen vermischt mit Sand. Okay. Gut, dann sind wir ja schon fast wieder nach Hause. Gucken wir mal, hier haben wir uns mal irgendwann hochgesteckt gehabt. Hier war eine Höhle. Die ganze Landschaft war schandelt. Komm, Holz nehmen wir mal mit. Können wir immerhin brauchen. Ja. Wofür wir das Gras brauchen, weiß ich noch nicht. Das können wir ja dann auch erst mal vorläufig in Truden ablagern. Können wir ja sehen mit den Updates, ob man es dann nochmal braucht. Ups. So. Sehr schön. Neues Rezept könnte ich mal wieder gebrauchen. Komm, wir gehen zurück zum Stein. Können wir laufen, aber wir können uns auch... Ach, da ist ja schon unser Haus. Da brauchen wir jetzt nicht springen. Hi, Schafe. Zack, danke. 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 Hör auf, euch zu beschweren. Bei Minecraft, da werdet ihr sterben dafür. Guck mal, da ist nämlich unten mein Haus jetzt. Jetzt seht das mal. Ich weiß nicht, wie viel ich... Folge 6 war ja verloren. Und da habe ich halt ein bisschen gebaut noch. Hier seht ihr das. Und hier haben wir die Tür. Die müsstet ihr eigentlich noch kennen. Leider fehlt da ein Türgeräusch. Hier haben wir schon ein paar Lampen gebaut. Ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Ich mir das noch vom Außen nochmal angucke. Hier haben wir auch schon so eine Art Dach. Es ist noch nicht ganz fertig. Hat jetzt so ein bisschen so einen mediteranen Stil. Das Dach oben ist noch offen. Wir holen uns jetzt mal unser Rezept dafür, dass wir die 8 Wolle geholt haben. Aha. Complete. Oh, was haben wir jetzt gelernt? Wieder ein Blumentop und Dachziegel. Neue Dachziegel noch. Andere. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Craft 10 Items that have Mabel Bricks of any Rarity as one on the Requirements. Wir sollen 10 Items craften, die aus Mabel sind. Okay. Andererseits will ich aber natürlich auch mal mein Rezept lernen, was ich ihm geschenkt bekommen habe. Hier. Oh, ein Briefkasten. Cool. Gut. Dann craften wir jetzt mal 10 Mabel Brick Dinger. Gehen wir mal raus. Unser Haus ist sehr klein. Ich glaube, das müssen wir demnächst Was haben wir hier? Ist hier eine Höhle etwa? Na, nicht wirklich, ja. Ich glaube, das müssen wir demnächst mal vergrößern. Passt ja gar nichts rein. Guck mal, hier haben wir schon eine Fackel zu stehen. Äh, komm, lass uns doch mal Ich glaube, wir vergrößern das mal hier in die Richtung. Dazu müssen wir natürlich ein bisschen Platz schaffen. Das kann natürlich dauern. Lass uns doch mal Komm, wir craften mal was, was, äh, Marble Brick Brick mäßig ist. Mal das hier zum Beispiel. Wird aus Fein Marble hergestellt. Haben wir dabei. Gucken, ob das zählt. Ja, es zählt. Okay. Jetzt haben wir ein Highbone. Ach, eine Säule ist das. Komm, wir lassen uns doch mal eine Säule. Zählt das, wenn wir zwei Säulen machen? Ja, cool. Dann machen wir jetzt einfach mal zehn Säulen. Was soll der Scheiß? Es gibt hier auch so eine gebrochene. Jetzt müssen wir noch eine gebrochene machen. So. Cool. Und jetzt haben wir wieder ein Quest erfüllt. Gehen wir uns mal, holen unsere Belohnung. Was gibt's diesmal? Oh, was soll man da machen? Build a pillar that is at least fifty vertical blocks tall using any bricks or crafted blocks. A pillar. Cater pillar. Ist das eine Treppe? Ein Pillar? Guck mal, es sieht ein bisschen aus wie eine Treppe, wa? Hm. Mal gucken. Würde ich jetzt erstmal gucken, was haben wir für ein Rezept bekommen? Ein Tisch. Ein Highborne-Tisch. Okay. Und dann würde ich ganz gerne mal jetzt die Säulen hier äh, oh. Die Säulen einbauen. Und zwar im Eingangsbereich. Mal gucken. Mal das hinkriegen. Haben wir ihn hier abgebaut. Komm mal ein Desert-Schrein. Ach so, in den Schrein. Äh, hier haben wir die Säule. Klack. Ist kein weg. Wir haben noch mehr Säulen, oder? Das ist alles die gleichen Säulen jetzt. Ich dachte, wir hätten zwei verschiedene Arten von Säulen gemacht. Naja, ist egal. Ups, nein. Das war falsch. Machen wir das mal weg und ersetzen das durch Säulen. Mal gucken, ob das geht. Oh ja. Guck mal. Und schon haben wir wieder eine raffinierte Veränderung vorgenommen. Sieht jetzt im ersten Moment irgendwie nicht so cool aus, aber ist egal. So. Und hier machen wir auch noch Säulen rein. So. So. Und so. So. Säule. 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 Okay. Hm. Dann würde ich ganz gerne hier oben noch ein... Nein, nein. Oh, jetzt hat er mir aus Versehen hier gleich 300 Millionen Säulen rangeballert. Will ich natürlich nicht. Nee, ich denke mir, ich will hier oben einen Sturz haben. Und man kann auch irgendwie so einen Stein-Sturz bauen. Mal gucken. Crafting. Ah, wo ist denn das Ding? Das Ding hier. Stone Arsch. Ich weiß aber nicht. Komm, wir lassen uns das mal craften. Vielleicht ist es ja gar kein Sturz. Wo ist denn der? Also gecraftet habe ich ihn. Definitiv habe ich einen davon eben gecraftet. Guck mal, hier haben wir ja noch die Truhe. Die werden wir auch mal noch platzieren. Hier ist er. So. Das können wir auch wegpacken. Wenn wir uns mal die Truhe hier hinpacken. Ah, guck mal. Zwei verschiedene Truhen. Das ist ja auch cool. Zack. So. Verschiedenes Truhen-Design sozusagen. So, jetzt würde ich mal gucken, ob das tatsächlich hier so ein Sturz ist für oben. Was ist das überhaupt? Was ist denn das? Was ist das? Irgendein Deko-Element? Oder ist das ein Tisch vielleicht? Ist das vielleicht ein Tisch? Komm, wir stellen es mal hier hin. Das hängt in der Luft, wenn ich es sein stelle, oder was? Sehr rätselhaft. Sehr hässlich. Ein Arsch. Ein Stone Arsch. Was ist ein Arsch? Hm. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt doch wirklich bei manchen englischen Begriffen dann mal ein bisschen gucken. Wir werden uns jetzt mal hier, wir werden diese Fenster mal wegnehmen und uns da normale Glasscheiben einbauen. Die wir ja im Inventar haben. Ein paar davon haben wir jedenfalls. So. Machen wir uns mal hier Glasscheiben rein. Gut, siehst jetzt aber auch nicht so schick aus, wenn man ehrlich ist. Ohne Rahmen und so. Machen wir uns mal hier mal wegnehmen. Aber das werden wir hier mal auch machen. Haben wir einfach ein bisschen mehr Licht und so. Und hier auch. So, und da kommen jetzt Glasscheiben rein. So, und hier auch. Nein. Ja. So. Irgendwie setzen... Oh. Da hatten wir meine Glasscheiben schon alle. Haben wir eigentlich noch neue Glasscheiben. Hatte ich hier nicht irgendwelche gecraftet? Nee. Haben wir noch Sand? Sandstein. Sand. Zwei Sand. Das ist aber schwach. Zwei Sand ist schon ganz schön schwach. Sandstein. Was macht er denn aus Sandstein? Würde mich auch mal interessieren, ob er den brennen kann. So. Kannst du Sandstein brennen? Kann er wahrscheinlich nur schneiden. So, hier fehlt noch ein Glas. Genau. Das setzen wir dann noch ein. So. Oh, die Folge ist vorbei. Gut. Meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.